Negatives Denken kann uns das Leben wirklich schwer machen. Wir fühlen uns gestresst und überwältigt und können uns kaum entspannen. In diesem Video zeige ich dir deshalb vier einfache Methoden, mit denen du dein negatives Denken unter Kontrolle bekommst. Durch die regelmäßige Anwendung dieser vier relativ einfachen Methoden wirst du dich bald besser fühlen und mehr positive Gedanken haben. Also schau dir das Video an und starte deine Reise zu mehr innerer Ruhe und Gelassenheit. Hier sind die vier Techniken, mit denen du schnell und einfach loslegen kannst. Zunächst reflektiere über deine Gedanken. Das erste, was du machen musst, ist herauszufinden, woran du überhaupt denkst und ob es wirklich nützlich ist. Wenn du merkst, dass deine Gedanken negativ sind, mach eine Pause und reflektiere über sie. Frage dich, warum habe ich diese Gedanken? Was sind mögliche Auslöser? Wie kann ich meine Einstellung zu dem entsprechenden Thema vielleicht auch verändern? Dieser Prozess kann dir helfen, die Ursprünge deines negativen Denkens zu identifizieren und es besser zu verstehen. Und als zweiten Punkt solltest du die Situationen identifizieren, in denen du am ehesten negative Gedanken hast. Es gibt bestimmte Situationen oder auch Umgebungen, in denen wir tendenziell besonders anfällig für negative Gedankenmuster sind. Zum Beispiel fühlt man sich vielleicht in bestimmten sozialen Situationen oder Kreisen unsicher oder auch bei bestimmten Aufgaben überfordert. Sei dir bewusst, welche Situationen diese negativen Emotionen hervorrufen und versuche aufmerksam zu bleiben, wenn solche Situationen auftreten. Je mehr du über deine emotionalen Reaktionen weißt, desto besser bist du in der Lage, negative Gedankengänge zu unterbrechen und in Zukunft anders zu reagieren. Und als dritten Tipp empfehle ich dir, ersetze negative Gedankengänge mit positiven, alternativen Sichtweisen. Ein guter Weg, um das negative Denken abzubauen, ist es, entsprechend negative Gedankengänge gezielt durch positive, alternative Sichtweisen zu ersetzen. Stell dir Fragen wie, was könnte anstatt der Befürchtung passieren? Kann ich aus dieser Situation etwas lernen? Oder gibt es auch die Möglichkeit, mir selbst etwas Positives abzuverlangen? Indem wir uns bewusst machen, was wir stattdessen tun können, statt uns im negativen Grübeln zu verlieren, verschafft uns dies eine neue Perspektive auf die Situation und ermöglicht uns auch, neue Optionen zu entdecken. Und als abschließenden Punkt, fokussiere dich auf dein positives Selbstwertgefühl. Es ist nicht immer leicht, aber versuche dich auf dein positives Selbstwertgefühl, anstatt auf den negativen Teil von dir zu fokussieren. Erinnere dich an Momente in den letzten Tagen oder Wochen, wo du gut warst oder Momente, in denen du besondere persönliche Stärke erlebt hast. Und versuche dies als Motivation für positive Gedankengänge zu nutzen. Positive Affirmationen sind hier auch ein guter Weg, um ein positives Selbstwertgefühl zu stärken und auch bei Bedarf entsprechend abrufen zu können. Mit diesen vier einfachen Techniken kannst du beginnen, deinen negativen Gedanken entgegenzuwirken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.